Welcome into the jungle. Herzlich willkommen im Reich der Pflanzen hier im Dschungel. Wir werden heute einiges machen, klimbim, ein bisschen durcheinander, um mal so zu sehen, was sich wie entwickelt, eigentlich wie immer, und wie es weitergeht, denn so ein paar Kleinigkeiten machen wir auch praktisch heute. Und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch, denn ich renne schon seit einer Stunde hier rum und möchte dies und das zeigen und jenes und haste nicht gesehen. Aber alles auf einmal geht nicht und von daher legen wir los mit Gummibaum. Ja, das war, glaube ich, auch Thema im letzten Film. Ich würde sagen, das gehen wir jetzt als erstes an. Die Avocado nach wie vor macht sich richtig klasse hier, auch wenn ich jetzt, ja, ich sag's mal, in den Schatten gehe, um mit euch etwas zu machen. Gummibaum. Da hängt er immer noch, schon seit ein paar Tagen. Seit wie lange? Drei Tagen oder so. Wollen wir gleich mal gucken, was wir damit machen heute auch. So, ich habe hier eine Tüte. Eine Tüte, 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 Tüte. Ja, wofür brauchen wir die Tüte? Als erstes werde ich hier oben ein kleines Loch reinschneiden. Muss ich dir das nahe zeigen? Nein, ne? Siehst du gleich, wie das Loch dort, wie das Loch dann aussieht. Ich schneide das schon mal ab hier. Ja, das dürfte passen. So, wofür wir die Tüte brauchen? Ja, das ist einfach, man kommt manchmal auch zu Ideen, die eigentlich schon logisch sind und wir eigentlich auch schon irgendwie mal angegangen sind, aber irgendwann auch wieder vernachlässigt haben. Und daher machen wir das heute nochmal in dem Sinne, starten wir das Ganze. So, als erstes schauen wir uns tatsächlich dann, lol, schon wieder. Nein, Detlef, lass es doch sein. Also, wir schauen uns die Ficus Elastica an, die Stecklinge, wo wir komplett das Wasser gechanged haben, gewechselt haben, das Wasser. Ja, also das war wirklich vorteilhaft für unsere bereits bewurzelten Stecklinge in der Wasserkultur. Ja, genau. Mein Gott, ich habe so viele Sachen im Kopf, das mag sich gar kein Mensch vorstellen. Ist so. Ist so, ja. Beim Friseur war ich übrigens auch, weil es Ihnen ja auch nicht aufgefallen ist. Wenn wir schon auf dem Wege sind zum Arbeiten, schauen wir uns mal hier die Avocado an. Ja, das ist so wunderbar. Das ist so, so crazy. Wie wunderbar, schick, kräftig der Austrieb hier von der Avocado. Habe ich vorhin Mangel gesagt? Lol. Ich glaube nicht, ne? Ja, okay. Also, nach wie vor ist auch der Seitentrieb noch dran und immer noch Mangelerscheinungen. Das reguliert sich irgendwie so gar nicht. Ja, aber okay. Müssen wir abwarten der Dinge, die da passieren, die jetzt nachwachsen. Ja, genau. Denn auch hier ist der Austrieb tatsächlich wunderbar gegeben. Nach wie vor steht das Schätzchen hier in seiner Selbstbewässerung. Tankt auch gut Wasser. Trotz alledem wird nur wenig nachgegossen, sodass es gerade ausreichend unten drin steht. Mal gucken, ob wir da noch heute zu kommen. Wenn nicht, machen wir es in einem anderen Film. Denn wir haben ja mehr als genug hier tatsächlich zu zeigen. So, da unten liegt die Tüte. Und dann gucken wir jetzt mal bei unseren bewurzelten Steckis vorbei. Und wir sehen, ja, also es geht Ihnen richtig gut. Ja, ab und zu sollte man einfach mal das Wasser wechseln. Was hier passiert ist, das haben wir im Film alles mitgenommen im Letzten über Gummibaumen, schneiden, vermehren und so weiter und so fort. Aber hier mal kurz das Update, wie das dann jetzt aussieht. Denn hier ist ein Schaden aufgetreten. Hier kann man es noch sehen. Das sind also keine Schädlinge. Ja, wieso, weshalb, warum das passiert ist. Wie gesagt, das hatten wir dann auch in dem entsprechenden Film thematisiert. Die weißen Punkte sind übrigens normal. Das ist nichts. Das ist ganz in Ordnung. Das ist okay, so wie das ist. Das macht die Pflanze einfach so. Ja, gut, dann haben wir da jetzt ein Update. Messen tue ich hier jetzt heute nicht. Nein, sondern jetzt kommen wir zu dem Gummibaum. Ja, wo der Kopf hergekommen ist. Wie sagt er, diese ganzen Vorbereitungen, die nehmen alle Zeiten in Anspruch, glaubst du nicht? Ist aber so. So, kannst du es schon sehen? Bild mittig. Tada! Ein neues Schwert ist da von unserer Alokasia Sabrina. Ja, tolle Sache. Also das Schätzchen entwickelt sich echt prächtig, muss ich sagen. Das Licht habe ich jetzt nur zum Filmen an. Ansonsten ist das aus, weil das ballert hier voll auf das Blatt. Voll auf die Mütze. Nicht so gut. So, Papaya. Sieht klasse aus. Ja, ist schon schön, wenn bei der Alokasia Sabrina einfach mal ein neues Blättchen kommt. Richtig klasse. Wasser ist ausreichend dran. So, da steht er. Tada! Ich habe ein Krebsstück gespült jetzt nochmal, dieses Mal mit Leitungswasser, unter der Dusche. In dem Sinne am einfachsten. Und habe dann, warum wackelt denn das Bild so? Hallo? Und, ja, wie gesagt, habe ich ein paar Mal gemacht. Habe die Untersätze auch sauber gemacht. Ja, okay. Okay, also, was machen wir jetzt? Jetzt kriegt er tatsächlich, lol, ein bisschen Dünger. Wir nehmen die schwache Variante jetzt hier. Das machen wir jetzt einmalig, damit doch schon ein bisschen Nährstoffe drin sind. Damit uns die Pflanze nicht komplett verhungert. Obwohl wir ansonsten eigentlich erstmal nicht düngen. Aber jetzt einmalig, wie gesagt, weil, ja, einmal komplett alles rausgespült. Und dann machen wir das doch mal. So, okay. Was habe ich jetzt vor? Zeige ich dir. Einmal kurz bücken. Ich brauche die Tüte. Ja, die Tüte brauchen wir tatsächlich für das Bäumchen. So, wieso, weshalb, warum mache ich das jetzt? Vielleicht kannst du es schon erahnen. Das ist übrigens aus dem aquaristischen Bereich. Das ist die Tüten, die ich verwende, um die Garnelen zu verschicken. Weil die sind mega stabil. So, dann haben wir jetzt hier schon mal unser Löchstchen. Denn das Ding bekommt jetzt ein Mützchen. Nee, eigentlich ein Vollkondom, könnte man sagen. So, ziehen wir den einfach mal drüber. Ich muss mal gucken, ob ich die Tüte gleich ein bisschen abschneide. Oder ob ich das einfach so belasse. Weil ich kann sie auch umkrempeln. Wäre jetzt nicht das große Problem. Nee, ich schneide sie dann doch ab. Weil sonst bleibt hier vielleicht irgendwas drin liegen oder so. Was dann gammeln könnte. Und von daher machen wir das nicht. Sondern schneiden das einfach mal auf passender Höhe ab. Denn die Schere habe ich total vergessen. Ja, und deswegen habe ich sie hier noch liegen. So, dann schneide ich das jetzt einfach. Und wenn sie jetzt nicht klappt auf Anhieb, dann nehme ich gleich eine neue Tüte. Ist jetzt auch nicht das Problem. Ne? So, okay. Übrigens, den Rest von der Tüte können wir auch verwenden. Für andere Sachen. Definitiv. Ja, so ist das. Man kann nicht... Ich hoffe... Ja, okay. Ich hoffe. Es ist so. Also, dann ziehen wir das jetzt hier drüber. Denn hier oben soll er ja austreiben. Soll er ja wachsen. Ja, trotz alledem. Mal gucken, was sich da unten dann noch entwickelt. So, ich gucke mal, dass ich das über die Wurzeln komplett... Das ist wieder raus. ...komplett drüber gezogen kriege. Ja, muss ich vielleicht doch gleich ein bisschen rumfummeln noch. Noch zu lang die Tüte. Sorry. Ja, es ist so. Man macht sich... Man hat eine Idee, ne? Und die Umsetzung dauert dann halt ein bisschen. Ja, siehst du wohl. So klappt das schon mal ganz gut. Ich muss mal gucken. Ja, das ist sogar gut. Jetzt habe ich eine kleine Tasche hier. Da könnte ich nämlich ein bisschen Substrat reinpacken gleich. Dass die Tüte ja unten beschwert ist in dem Sinne. Ich zeige dir gleich mal, wie das jetzt insgesamt aussieht. So, und warum mache ich das? Ja, genau. Geht gleich weiter. Und es kann weitergehen. Guck mal hier. Unsere Palme bekommt ein neues Blättchen. Weißt du noch, welche Palme das ist? Ich zeige es dir mal ganz kurz. Pass mal auf. Und zwar ist das diese hier. Drachycarpus fortunae. Eine wunderschöne Palme. Die schon immer und ewig in dem Sinne bei uns hier im Dschungel wächst. Dann gibt es noch was. Warte mal. Genau. Wenn schon, denn schon nehmen wir alles mit heute. Hier kommt ein neues Blättchen. Tada. Da. Von der Monstera Thai Constellation. Gucken wir uns die Pflanze auch mal kurz an. Das ist das letzte Blatt, das herausgewachsen ist. Mega, ne? Richtig krass groß schon. Also total klasse. So, dann zeige ich dir auch nochmal den Topf. Da unten steht er drin. Ich glaube, wir sollten ihn mal umtopfen. Ja, doch, definitiv. Also das ist jetzt, würde ich sagen, mal langsam angebracht. Mal kurz hier noch geguckt. Hier die Monstera Albo Varigata. Ja, das ist das letzte Blatt, was herausgewachsen ist. Also im Moment zicken die also überhaupt ein Kanzlerweiß rum. Tolle Sache. Mit dem HPE-Dünger. Aber nicht nur da dran liegt das, sondern auch an den passenden pH-Werten. Ganz wichtig zu wissen. Aber gut, eigentlich wissen wir das alle schon, ne? Brauche ich gar nicht mehr groß reden. So, jetzt haben wir hier unsere Tütchen. Ich schmeiße mal eben hier ein paar Steinchen rein. Ups. Ja, macht auch nichts, ne? Einmal auf die andere Seite. So, dann bleibt unser Tütchen nämlich da unten auf dem Boden. Ja, ist schon, ne? So Kleinigkeiten manchmal. Ah, ist schon eine tolle Sache. Ja, wieso machen wir das denn jetzt hier? Wir wissen schon, haben wir auch gesehen. In dem Film, als ich im Sea Life war. Dort gibt es ja auch so ein Riesengewächshaus. Und dort haben die Ficos enorm viele Luftwurzeln ausgebildet. Bis auf den Boden, in den Boden hinein. Versorgende Bäume damit tatsächlich. Und so machen wir das hier auch. Äh, versuchen wir, ne? Hier entwickelt sich eine hohe Luftfeuchtigkeit drin. Und dementsprechend werden hier ganz viele Wurzeln wachsen. Und die können dann hier drin wachsen. Und hier, pff, dann unten ins Substrat. Ne? So ist dann jetzt eigentlich die Vorgehensweise. Hm. Ja, okay. Machen wir denn heute noch was damit? Ich weiß noch nicht. Ich, äh, muss ich glaube ich mal überlegen, äh, inwieweit wir was damit überhaupt machen. Ähm, ich guck grad mal. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt erstmal vielleicht doch in den Arbeitsraum und gucken uns mal die Avocado, äh, das, nee, die Avocado-Babys an, wie die sich entwickelt haben, ne? Also wirklich eine ganz tolle Farbe. Total klasse. Ach, was war das früher schwierig, ne? Und jetzt machen sie Riesenblätter. Ja, hier hat ich es ja eingeschnitten, ne, mit dem Messer. Ja, ist nicht so schlimm, ne? Okay, ich würde sagen, dann gehen wir tatsächlich in den Arbeitsraum und gucken mal die Avocado-Babys an. Ach, du meine Güte, genau. Ach, weißt du es jetzt? Ist es dir auch eingefallen, was wir zwingend, dringend, unbedingt machen müssen? Ja, das auch. Der hat ganz schön gelitten, muss ich sagen, unser Kakaoburm. Ich habe ihn, ja, jetzt hätte ich das Wort fast wieder gesagt, einige Male trocken werden lassen und das hat ihm gar nicht gefallen. Überhaupt nicht, in keiner Art und Weise. Ja, so ist das. Er schluckt nun mittlerweile ordentlich Wasser und der Topf ist jetzt echt zu klein geworden. Also, wenn ich da wirklich jetzt mal zwei Tage nicht nachgucke oder drei Tage, ja, dann ist es schon passiert und dann steht er trocken. Ich habe dieses Mal extra ein bisschen mehr Wasser hier reingefüllt, dass ich dann wirklich drei Tage Ruhe habe. Das ist so ein schmaler, kleiner Topf und das ist jetzt einfach zu wenig. Das ist so, ne? Hier müssen wir dran und hier werden wir radikal vorgehen, weil er mir auch zu groß wird. Ja, ist so. Das wird eine Mega-Aktion, aber da machen wir separaten Filmen zu, denn das wird doch eine etwas größere Herausforderung. Ja, die Alokasia, die steht einfach nur, um zu gucken, was sie da noch so macht. Da messe ich nichts nach und so. Nein, ich gieße und so, wo ich denke, das ist noch okay, dass er sich viel erholen könnte. Aber ich glaube, ich schmeiße ihn mal raus hier. Wir haben ja mehr als genug andere, denen es richtig gut geht. Aber so können die Daten, wo man sich dann nicht wirklich in dem Sinne in die Tiefe geht, also ins Substrat, ins Wasser und da checkt, was Sache ist, dann passiert dann halt sowas. Aber wie gesagt, ich gucke mal noch, bleibt er stehen, aber irgendwie möchte ich ihn doch nicht mehr stehen lassen haben. Hier hatten wir übrigens mal eine Abmoosung gestartet damals. Haben wir dann abgebrochen, weil ich es auch irgendwie keinen Bock mehr dazu hatte oder was. Es hatte sich Zyperkalus gebildet. Aber auch hier habe ich tatsächlich, da war das Wort wieder. Auch hier habe ich dann, ja, das Moos damals auch mal trocken werden lassen und so. Und das geht nicht, das darf man nicht. Dann entwickeln sich vielleicht Wurzeln und die sterben dann wieder. Und von daher war ich dann nicht so, ja, optimal in dem Sinne zugange. So, einmal nochmal hier durchgeguckt. Unser Monstera Deliciosa Blatt hat sich aufgerichtet und steht jetzt komplett fertig da. Okay. Bevor wir zu dem Projekt kommen, wo wir ganz dringend was machen müssen, und weißt du schon, was das ist? Gucken wir uns nochmal die Dattel, nicht die Dattel, sondern die Bergpalme an. Sieht kräftig grün aus. Ich habe sie insgesamt noch, nachdem wir die Aktion gemacht hatten gemeinsam, noch zweimal komplett durchgespült. Dann dementsprechend auch mit der schwachen Variante. Und es geht ja gut. Also richtig klasse. Ich behalte es jetzt auch so bei. Sie wird jetzt normal gegossen und gelüngt mit der schwachen Variante. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden, weil nicht in jedem Film. Muss nicht sein, ne? Okay. Wir können hier aber noch etwas sehen. Noch nicht, aber gleich. So, weißt du jetzt, was wir ganz dringend und zwingend machen müssen? Vielleicht fällt es dir ein. So, pass mal auf. Ich würde sagen, wir gucken uns die Bergpalme nochmal etwas näher an. Die Bergpalme. Ach, so eine wunderschöne. Jetzt kannst du natürlich nicht so viel sehen. So ein bisschen mehr. Wir haben sie ja vorhin ganz gesehen. So, dann fahren wir jetzt tatsächlich in den Keller. Denn dort möchte ich uns was angucken. Erstmal das hier. Ich habe es jetzt angehäufelt in der Hoffnung, dass die Wurzeln, die sich hier schon zeigen, dann auch anfangen zu wachsen. Deswegen habe ich das einfach mal angehäufelt. Durch Kapillarität wird tatsächlich auch hier Wasser nach oben gesogen, solange ausreichend Wasser unten drin ist. Wenn nicht, kann man das ja auch mal drüber gießen. Vielleicht sollte ich hier auch eine Folie drüber legen. So ist das. So kommt es von eins auf das andere. So, wir möchten aber noch tiefer gehen. Wir gehen nochmal tiefer. So. Ich hoffe, ich kriege es jetzt drauf. In einem Rutsch. Wenn nicht, muss ich gleich eine andere Einstellung. Ja, da kannst du es sehen. Tada. Ja, Wurzelwachstum ist tatsächlich schon im Gange. Also geht es der Pflanze richtig gut und darf jetzt auch in dem Sinne ganz normal versorgt werden. Ja, tolle Sache, dass das dann auf Anhieb mit dem Umtopfen. Von der Kleinschale in die etwas größere Schale so einfach funktioniert hat. Auch hier fahren wir gleich nochmal in den Keller. Worum weißt du dann jetzt, ne? Und weißt du jetzt, was wir ganz dringend machen müssen heute? Mach mal auf. Sie ist wunderschön gewachsen, muss ich sagen. Wir haben die Geschichte ja von Anfang an mitgenommen bei der Avocado. Das war ja so ein Runner. Also einer, der ganz schnell keimen wollte. Also richtig klasse. So, dann dürfen wir das Ding jetzt auch ablassen hier. Denn er ist ja nun wirklich fertig gewachsen. Nicht aber herausgewachsen. So, wir sehen hier wieder ein kleines bisschen Schimmel. Das ist immer die gleiche Stelle, interessanterweise. Moment, kriegen wir noch ein bisschen näher? So, nein. So, so. Kann man es erkennen. Ich drehe das nochmal so ein bisschen hier oben, so an der Kante hier. Da ist irgendwie immer genau an der gleichen Stelle. Ja, ist aber jetzt nicht so tragisch. Dann nehmen wir einfach mal unseren Drucksprüher, sprühen ihn einmal sauber und fertig hat sich die Kiste. So, und das hat sich jetzt auch erledigt mit dem Schimmel, denn jetzt trocknet das natürlich oben ab. Dann ist das soweit okay. Okay, so, also, sie ist wunderschön herausgewachsen und das in Rekordzeit. Also, das ist echt der Hammer bei dieser Avocado. So, und dann gucken wir jetzt hier unten nämlich mal. Ich hebe das mal eben an. Und tadaa. Tja, die Wurzel ist hier unten schon rausgewachsen. Es ist jetzt allerdings eine Pfahlwurzel. Also, die machen sehr tiefe Wurzeln übrigens. Das ist schon interessant. Ja gut, aus den Regionen, wo die herkommen, in Trockenzeiten sind und so, da müssen die schon tief in die Erde kommen. Aber okay. Okay, ich bin gerade am überlegen, ob ich ihn jetzt foppen soll oder nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Soll ich oder soll ich nicht? Ich lasse es erst noch. Vielleicht weißt du, was ich meine. Ja, genau. Die Wurzel abnehmen und den Rest, der hier drin wächst, in dem Sinn, zur Verzweigung anzuregen. Das kennen wir ja im Prinzip von diesen Töpfen mit Löchern. Da wachsen die Wurzeln ja auch nur bis zum Rand und weiter können sie ja nicht. und sterben dann ab und dementsprechend verzweigen sie sich. Und ob das die Avocado in dem Sinne verträgt, weiß ich nicht. Aber wäre ja vielleicht mal interessant herauszufinden in dem Zuge. Ja okay, aber das lassen wir jetzt erstmal so. Gedüngt habe ich noch nicht. Da warten wir auch noch ein bisschen mit. Denn die hat jetzt noch genug Reservestoffe erstmal hier drin in dem Samen selber. In den zwei Samenhälften. Ah toll, dass das so schnell funktioniert hat. So, und dann schauen wir uns jetzt die andere Geschichte an. Ich sage es mal so, wie man es im Normalfall machen würde. Wo steht er denn? Der steht hier auf dem Tisch. Denn auch hier geht es jetzt endlich los. Ob da Wurzel ist, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht nachgeguckt. Seit ungefähr vier Tagen hat der Samen angefangen sich zu öffnen. Also da ist schon was jetzt im Gange. Also auch in der Thematik hat es funktioniert. Ich gucke mal eben, ob ich das jetzt so abkriege einfach. Weil hier ist so ein bisschen Kleber dran. So. Oh ja, wir können auch die Wurzel schon sehen. Also auch das hat funktioniert in der Thematik. Kopf von der Flasche abgeschnitten. Verkehrt rum einfach draufgestellt. Ein bisschen Wasser rein. So, dass der Samen hier so ein bisschen Kontakt hat mit dem Wasser. Und wir sehen, auch das funktioniert ganz einfach. Also du brauchst keine Zahnstocher reinstecken oder so. Sondern einfach den Samen oben auflegen. In dem Zug haben wir hier die Pelle damals abgemacht. Bei dem anderen da hinten nicht. Ja, weil verschiedene Varianten einfach mal zu sehen ist. Vielleicht auch nicht unbedingt verkehrt. Also man muss nicht unbedingt zwingend die Schale abmachen. Kann Vorteil haben, in dem Sinne, was Schimmel anbelangt. Aber ich sage es mal so, es funktioniert auch so. Dann dementsprechend, wenn Schimmel auftritt, einfach mit reinem Wasser. Was das ist, weißt du. Einsprühen, sauber sprühen, fertig. Okay, also die Geschichte lassen wir jetzt erstmal so, wie sie ist. Auch hier wird nicht gedüngt, sondern nur reines Wasser nachgefüllt erstmal. Okay. Und es ist soweit, wir lüften das Geheimnis, was wir unbedingt zwingend heute machen müssen. So, du wirst es jetzt schon wissen, ganz klar. Ach, jetzt ist der Akku gleich rot. Äh, nee, der ist rot, aber drei Minuten habe ich da noch. So, ich habe ihn jetzt aufgemacht. Lol, hast du gesehen, ne? Ich habe nichts gemacht, seitdem wir das jetzt hier so umverpackt hatten. Falls dich noch daran erinnern kannst. Aber wir gucken jetzt in einer anderen Einstellung, würde ich sagen. Mittagessen ist gleich auch. Ich muss mal gucken, wann ich gerufen werde. Ja, ist so, ne? Und, äh, kriegen wir den jetzt schon mal raus. Hey, das ist auch Blödsinn, wenn ich den jetzt raushole. Ähm, und gleich zum Mittag muss. Ähm, dann so mittendrin dann wieder alles umbauen. Ist auch nicht der Burner. Also, das Zebra ist noch feucht. Wir sehen hier Feucht, also Belag hier, ne? Feuchtigkeit an der Wand hier. Ne? Auch hier. Das ist also immer noch feucht innen drin. Wie gesagt, gemacht habe ich nichts. Ähm, ich würde sagen, ich gucke mal eben, wann Mittag ist. Ähm, nicht, dass ich hier, ja, abbrechen muss. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen blöd. Und in der Zeit kann ich dann auch mal schnell einen Akku holen. Und dann geht es damit gleich weiter. Und, ja genau, mit dem zweiten Samen, der Mango. Mittagszeit vorbei. So, dann machen wir den Kasten noch mal gemeinsam auf. Ich habe ihn vorhin noch ein bisschen eingesprüht, nachdem ich den Kasten offen hatte. Auf jeden Fall der Fälle besser ist das dann, ne? Damit arbeitet es immer etwas anders. So, noch das Ganze raus. Zebra hatte ich nicht gewechselt jetzt in der Zeit. Sondern das Ganze ist so, wie wir es gemeinsam eingepackt hatten. So, dann schauen wir mal, ob uns das jetzt gelungen ist. Jawohl. Gucke mal. Es ist uns gelungen. So, ich packe ihn mal vorsichtig aus hier. Ganz vorsichtig. Oh ja, das sieht richtig klasse aus. Das sieht richtig klasse aus. So, und das Pflänzchen ist tatsächlich in dem Zuge, ganz vorsichtig, denn die Wurzeln, die haften hier dran fest, nach oben gewachsen. Also, ist es uns gelungen, in der Thematik, was wir gemacht hatten, das Schätzchen nach oben zu bringen. Wenn wir uns daran erinnern, er war ja nach unten gewachsen. Also, er lag so und ist dann einfach hier so nach unten gewachsen. Und wir hatten das Ganze dann hingestellt, in der Box, damit die Pflanze also dann in die Senkrechte nach oben wächst. Und das hat funktioniert. So, okay, pass auf. Dann packe ich ihn nochmal vorsichtig ein hier so ein bisschen. Nicht so ein bisschen, sondern ganz. Mache ihn in dem Zuge auch nochmal kurz ein bisschen nass. Und dann gucken wir uns den zweiten jetzt auch an, in dem Zuge dann. So, das Vlies kann ruhig nass werden. Das macht nicht, das trocknet wieder. Das ist nicht das große Problem. So, dann schiebe ich ihn mal vorsichtig an die Seite. Und dann nehmen wir uns jetzt nämlich die zweite Box. Denn wir hatten ja anschließend nochmal einen Samen, das heißt, das hatte ich ja alleine gemacht, in die Keimbox gelegt. Und hier ist es so gegeben gewesen, dass hier noch Haut dran war. Bei der anderen hatte ich ja die Haut komplett abgemacht. Hier hatte ich sie nicht komplett abbekommen. Aber wir sehen schon, das Bäumchen wächst raus. Also, das hat schon mal ganz gut funktioniert. So, dann stelle ich die Box mal an die Seite. Und dann packen wir das auch gleich aus. Hier hatten wir dann eben den Zuge, den auch gleich hingestellt hat. Also, als wir gesehen hatten, dass das bei dem anderen eben nicht so funktioniert hat. Er ist also in die verkehrte Richtung gewachsen. So, er steht auch richtig fest schon, muss ich sagen. Hier sehen wir ein kleines bisschen Schimmel. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist jetzt von dieser braunen Haut ist das. Das ist dann in dem Zuge ganz normal, sag ich mal. Aber auch hier müssen wir jetzt vorsichtig sein. Zebra wurde nicht gewechselt übrigens in der ganzen Zeit. Nicht einmal. So, Dalle. Hier haben wir allerdings noch keine Feinverzweigung. So ein kleines bisschen, aber nicht wirklich viel. Das heißt, den würde ich tatsächlich, schon wieder gesagt, in die Keimbox zurücklegen. Dass er erstmal ein bisschen mehr Wurzeln ausbildet. Dann ist es später einfacher, ja, ihn einwurzeln zu lassen in die Erde. Oder in so einem Citrat oder wo auch immer. Das heißt also, ja, den packen wir gleich wieder ein. In dem Zuge nehme ich dann aber hier jetzt tatsächlich nicht schon wieder. Ja, wie soll ich sagen? Neues Zebra. So, dann sprühen wir den einmal ein bisschen ein hier. So, Dalle. Und dann kriegt man den Stimme ganz einfach weg. Und dann ist er wieder gecleant. Und den packe ich dann in die Box wieder zurück erstmal. Hier, guck mal. Jetzt haben wir rein theoretisch schon Bonsai-Kandidaten. Ach, weißt du, was wir machen? Das ist natürlich jetzt riskant, aber ich würde sagen, wir machen es trotzdem. Pass mal auf. Please just wait a moment. Versuch macht klug, wie immer. Von daher machen wir das jetzt einfach mal. Also ich werde jetzt die Hauptwurzel cutten. Hör mal auf. Ich werde es einfach ungefähr um die Hälfte einkürzen. So, Dalle. Und ja, das ist dann jetzt mehr oder weniger ein kleines Experiment, inwieweit der Samen, die Pflanze, sich weiterentwickelt. So, jetzt brauchen wir aber ein neues Zebra auf jeden Fall für das Schätzchen hier. Und somit beginnen wir einfach mal ein neues Projekt. So, ich mache das schon mal ein bisschen nass hier. Und dann klappen wir das mal zu. Ja, in dem Zuge macht das jetzt Sinn, den Samen schon andersrum zu legen, damit die Pflanze... Vielleicht ja. Aber ich überlege mal. Eins nach dem anderen. So, dann packen wir den jetzt einfach mal ein hier. Machen das nochmal nass ordentlich. Okay. Und dann nehmen wir uns jetzt die Box, wo er auch drin war. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt in einem Rutsch. Wäre ja ganz schön. Warte mal, ich muss ihn aber erstmal vorsichtig anheben. Wie so ein kleines Baby. Schön vorsichtig. So, da haben wir die Box. Und ich würde sagen, wir machen das tatsächlich. Pass mal auf. Ich lege ihn jetzt einfach flach rein. Denn dann ist er gezwungen, hier irgendwie zu wachsen drin. Weil wirklich nach oben kann er nicht. Dann ist ja schwer. Das kann also nicht nach oben wachsen. Er wird irgendwie hier was machen. Was ist wurscht? Weil, wie gesagt, Bonsai. Von daher kann er das ruhig so machen. So, das war es dann jetzt mit dem Kandidaten. Das ging dann recht flott. Machen wir die Box wieder zu. Okay. Und warten die Dinge, die passieren. Dann machen wir heute nochmal etwas anderes. In einer Kombination. Warte auf. Wir nehmen einmal per Lid. So ungefähr Mengenverhältnis haben hier. Dann nehmen wir einmal Kokoserde. Die ist getrocknet. Also aufgequollen. Und dann halt gespült und getrocknet. Kokoserde hat einen relativ niedrigen pH-Wert. Also ist im sauren Milieu. Und das ist natürlich, ich sag mal, optimal. So, das sollte von einer Menge her ungefähr passen. Ich habe jetzt das genommen, das Glas hier, weil ich kein anderes Gefäß gefunden habe. Deswegen mache ich das jetzt so. Nur deswegen mache ich das so. Und seitdem ich hier einen kleinen Pott genommen oder was auch immer. Aber okay. Hier wollte ich auch noch ein Projekt mit uns machen. Für uns. Mit uns. Weiß Bescheid. Sondern dementsprechend für uns hier. So, das ist okay. Würde ich sagen. Das passt. 2 zu 1. Dann dementsprechend. So, dann zeige ich dir mal kurz. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so hin. Wir haben durchsichtigen einen Topf, damit wir die Wurzeln sehen können. Wir haben einen Docht von Lechuza hier drin. So einen Stick. Kannst du auch was anderes nehmen. Gibt so viele Möglichkeiten. Kennen wir alle schon. Und ein Schlauch ist da mit drin. Wieso, weshalb, warum? Ja, aus verschiedenen Gründen. Zum einen kann ich hier eine Spritze dran machen. Und mal Wasser raussaugen. Beispielsweise. Und oder aber vielleicht auch Air-Luft. In dem Sinne ein Air-System auch noch machen. Wenn es denn. Mal gucken. Weiß Bescheid. So, wir pflanzen ihn ein. Ich werde unten was reinschmeißen. Die Löcher sind zwar ein bisschen groß. Aber in der Regel, wenn das draufkommt, dann verschließen die Löcher. In der Regel ist das so. So, gehen wir einfach mal rein hier. Das könnte vielleicht schon reichen. Ich glaube aber, das wird wohl hier mengenmäßig nicht so ganz passen. Naja, wenn nicht, dann mache ich schnell noch was Neues. Das heißt, schnell ist natürlich blöd. Pass mal auf. Moment. Ich werde einfach noch ein bisschen Kokos-Erde dabei machen. Weil, ja. Sonst, weil es ist trocken. Dann muss ich erst wieder Perlit holen. Dann muss ich erst wieder, weil ich habe nicht genug geholt. Weiß Bescheid. Ist okay, kommt. Kommt einfach ein bisschen mehr Kokos-Erde hier rein. Ist auch okay. Ist so. So. Also. Jetzt brauchen wir ein Pflänzchen. Wir müssen gleich ein bisschen flott arbeiten. Denn wie gesagt, das Ganze ist trocken. Also Kokos-Erde, wenn du die aufquellst, trocknen lassen, abfüllen, offen stehen lassen. Und dann hast du, ja, ich sage mal, immer Fertiges in dem Sinne. Und das schimmelt dann auch nicht, wenn das trocken ist. Und dann klappt das wunderbar. So. Mal gucken, ob das jetzt so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Okay. Wir haben hier unser Schätzchen. Sieht wirklich klasse aus. Also wirklich. Fantastisch. So. Okay. Ich stelle dich jetzt einfach mal so rein hier. Ich zeige dir das nochmal kurz so. Das war also kurz unterhalb das Ganze hier auffüllen. Unter dem Samen. Wir buddeln den Samen also nicht mit ein. Jetzt ist die Hand natürlich feucht. Ich müsste auch eigentlich die andere in die Hand nehmen. Ja. Lass mal auf. Wie passiert mir jetzt nichts hier? Ich sage dir so. Einmal rüber. Jawohl. Genau. Perfekt. So. Also. Dann müssen wir jetzt echt flott arbeiten. Und befüllen das Ganze. Ja. Warum jetzt Kokos-Erde? Weil ich gerade Bock drauf hatte. Ganz einfach. Nur deswegen. Nur deswegen. Nur weil ich Bock drauf hatte. Und manchmal ist es auch so, dass man einfach mal was Neues ausprobieren möchte. Das hält schon mal ganz gut. So. Dalle. Einmal den Samen festhalten. Und noch was reinlaufen lassen. Wir werden das Ganze auch ein bisschen durchspülen gleich dementsprechend. Aber jetzt sehen wir, was ich gleich mache. Und wie gesagt. Das ist jetzt hier im Prinzip aus dem einen System, was wir schon am Laufen haben. Deswegen wollte ich das dann nochmal in dem Sinne vielleicht anders ausprobieren. Wir wissen ja, man muss einfach mal was machen. Einfach machen. Nicht lange lachen. Schon klappt das dann. Doch, das ist drin. Weiß Bescheid. Warum? Ja, ganz klar. Self-Watering in der Kokos-Erde. Haben wir schon gemacht. Ein paar Mal tatsächlich. Es ist nur so, die Kokos-Erde wird jetzt eine Zeit lang brauchen, bis die Wasser ordentlich aufnimmt. Deswegen ist dann auch jetzt in dem Zuge das Perlit mit drin. Denn das nimmt relativ schnell Feuchtigkeit auf. So. So, ich gieße das mal eben durch. Mal gucken, ob ich was höre. Ich höre noch nichts. Dann gucken wir einfach mal rein. So. Boah, es hat schon gut Gewicht. Ja, doch. Ist durchgelaufen auf jeden Fall schon mal. Das ist okay. So, dann gieße ich aber trotzdem noch ein bisschen mehr rein. Und so, dass der Pot ein bisschen im Wasser steht. Hier mit der schwachen Variante der Düngerlösung jetzt auch tatsächlich schon. Inwieweit wir hier mehr Leitungswasser dazugeben oder nicht, weiß ich noch nicht. Das müssen wir ausprobieren jetzt. Denn wie gesagt, die Kokos-Erde hat eigentlich ein saures Milieu. So. Also, das sollte jetzt reichen an Wasser. Voraussichtlich. Ich hebe es nochmal an. Guckt nochmal. Ja, er steht drin. Das ist gut. Dann kann die Kokos-Erde jetzt gut Wasser saugen. Ich lasse ihn jetzt ein paar Minuten hier drin stehen, dass die Kokos-Erde sich ordentlich vollsaugen kann. Und dann geht es gleich munter, fröhlich weiter. So. Das belasse ich jetzt auch hier so. Naja, ist so, wie es ist. Ich zeige dir mal eben, wofür dieser Schlauch auch gegeben ist. Wir haben das Ganze jetzt geflutet. Also, bis hierhin steht das Ganze im Wasser. Und, ja, ist jetzt fünf Minuten her. Das soll ausreichen. Und jetzt holen wir das Wasser einfach raus. Wir brauchen dafür den Topf nicht mehr rausziehen. Wir müssen nur gucken, dass der Schlauch halt hier auch drin wirklich ist. Nehmen wir eine kleine Spritze und saugen uns das Wasser an. Wenn jetzt keine großen Dreckpartikel drin sind, sollte es funktionieren. So, genau. Und somit können wir dann hier das Wasser rauslassen. Kann ich den jetzt einfach mal loslassen? Passt das? Äh, nein, nicht so. Dann schwimmt mir das da drüber. So, ist das okay. Dann lasse ich das mal eben laufen. Kann das Wasser rausgehen? Dolle Sache, ne? Ja, so einfach kann man sich behelfen. Aber man kann diese Schläuche noch für ganz andere Sachen verwenden, hier in der Thematik der Pflanzenpflege. Auf jeden Fall. So, nun ist die Frage. Jetzt stand er natürlich unter sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Also, das Pflänzchen, was hier rausgewachsen ist, ne? Ähm, ja. Müssen wir ihn jetzt abdecken und noch in hohe Luftfeuchtigkeit setzen? Oder können wir ihn jetzt hier im Raum stehen lassen? Wir haben ja ungefähr um die 50 Prozent, denke ich mal, jetzt vielleicht an Luftfeuchtigkeit. Ist das ausreichend oder nicht? Und ich würde sagen, auch das ist mal wieder learning by doing. So, entweder hat er sich jetzt irgendwo festgesogen, dass ein Stück Dreck davor hängt. Das kann natürlich sein. Ich lasse es jetzt trotzdem nicht mehr. Oder doch noch? Ich kann ja mal. Ich versuche es mal. Warte mal. Genau. Jetzt habe ich zu viel. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Dann nehme ich mir einfach nochmal die Spritze und sauge nochmal. Mal gucken, ob wir noch was kriegen hier. Oder ob jetzt alles raus ist. Ja, er läuft auf jeden Fall nicht mehr. Das heißt, es dürfte nicht mehr viel drin sein. Und dann gucken wir mal. Deswegen eben. Ne? Was bescheiden. Ist das mal so eine Fummelei? Ähm, nein. Wir haben noch ordentlich Wasser außen drin stehen. Das heißt, im Klattex. Also das hat jetzt noch nicht so funktioniert. Ähm, ich stelle ihn einfach nochmal rein. Wahrscheinlich ist der Schlauch auch nicht tief genug. Das kann natürlich auch sein, ne? Also mache ich das jetzt einfach nochmal. Ja, es ist learning by doing, ne? Ganz klarer Fall. So. Gucken, ob das jetzt... Ah, das ist die Höhe. Ah, ich weiß bescheid, ne? Das läuft nur bis zu einer bestimmten Höhe. Das heißt, ich müsste den Topf mal eben irgendwie höher stellen. Kriege ich das denn jetzt hin? Pass mal auf. Also, ich nehme einfach mal das Glas und stelle das Schätzchen da drauf. Ja gut, ist jetzt natürlich eine Hampelei. Aber egal, komm. Wir machen das jetzt irgendwie. Vielleicht sollte ich das nächste Mal einfach mal den Schlauch ein bisschen länger lassen. Kriegen wir das jetzt hin? Ja, guck mal. Jetzt muss ich ihn allerdings festhalten hier. Oder ich stelle ihn so. Kriege ich das hin? Jawohl. Wunderbar, siehst du mal, ne? Also, spielt die Höhe natürlich eine Rolle. Ganz klarer Fall. Ja, coole Sache das, ne? Aber eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen Wasser drin lassen zum Messen. Jetzt habe ich keinen sauberen Becher hier. Ne, hier liegt noch die Knolle drin von der... Äh, genau. Genau, von der. Wie heißt sie noch? Moment, ich gucke nochmal kurz. Ich habe so eine extra... Ach, Kaladium war das. Genau, von der Kaladium, die Knolle, die liegt noch drin. Hier habe ich übrigens das Wasser, ähm, gestern gewechselt, ähm, weil das trüb war. Und ich habe nochmal frisches, reines Wasser reingepackt, ne? Die Knolle treibt jetzt tatsächlich aus. Und ich denke mal, wir können sie wohl bald einpflanzen. Ja, okay. Aber ich lasse noch stehen hier. Na, wenn wir dann soweit sind, dann machen wir das auch gemeinsam. Ah, ist eine tolle Sache, ne? Tja, du schaust, dass ich jetzt keinen sauberen Becher hier habe. Hm. Hm, ja. Und ich darf jetzt auch nicht alles rauslassen. Also, lass mal auf. Dann heben wir das einfach an. Und blub, läuft das Wasser zurück, ne? Okay. Dann nehme ich einmal die Spritze, pumpe hier Luft rein, äh, ziehe Luft rein, setze sie drauf und dann, blub, lasse ich einmal Luft rein hier, äh, damit nach Möglichkeit das Wasser soweit erstmal aus dem Schlauch raus ist. So, und wie sieht das jetzt aus? Ich gucke nochmal kurz hier. Ja, das ist okay. Wir haben jetzt ungefähr noch, ja, anderthalb Zentimeter, achso, der Pott steht schief. Anderthalb Zentimeter, zwei Zentimeter da drin stehen. So, und stelle ich dich einfach mal hier hin. Und dann brauche ich jetzt erstmal meine Messgeräte, aber die habe ich noch oben in der Aquabotanica. Weil das würde mich jetzt erstmal interessieren, wie das hier aussieht. Das wäre jetzt anfangs schon mal wichtig in dem Sinne. Okay. Bevor ich jetzt nach oben gehe in die Aquabotanica, sind wir mal kurz hier im Dschungel. Ähm, unser Salak, die Palme, zickt ein bisschen rum. Das ist der Neuaustrieb. Der hat jetzt schon, ja, nicht so schöne Spitzen hier in dem Bereich. Hier oben ist okay, aber hier unten nicht. Das heißt, wir müssen den unbedingt checken, denn der steht in einem Selbstbewässerungstopf. Und wir wissen ja schon, irgendwann sind die Löcher zugewachsen, sagen wir es mal so, ne? Die schieben also erst sehr viele Wurzeln in das Wasserreservoir. Und irgendwann, ja, es sind dann die Löcher zu. Ja, ja, und dann klemmen die Wurzeln ein. Sterben natürlich ab im Wasser unten. Und das könnte unter Umständen das Wasser schlecht machen. Und, ähm, ja, es fehlen dann natürlich einige Wurzeln, die dann jedenfalls zu wenig drin sind, äh, im eigentlichen Topf. Also hier müssen wir auf jeden Fall die Tage eingreifen. Heute nicht mehr, weil das wird sonst zu viel, ne? Aber guck mal, Sternfruchtbäumchen, was das abmarschiert mit dem HPE-Dünger. Richtig klasse, muss ich sagen. Richtig klasse. Der ist richtig rausgeschossen hier, oder? Gewaltfähig. Ja, okay, das nochmal kurz dazu. Und einmal kurz unseren Birekin, den Philodendron, mit seinen weißen Blättern. Das ist auch schon heftig, ne? Ja, okay. So, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt eben nach oben. Wir sind bei dem Projekt, ja, ähm, hier bei der Mango. Sie hat drei Blättchen bis jetzt behalten, das ist schon mal ganz schön. Aber Wachstum ist immer noch nicht so, wie es sein soll. Aber gut, das ist ja noch, ähm, Einwachsphase, dürfen wir nicht vergessen, ne? Das Blubbert hier so, weil ich hatte ihn heute Morgen hier reingestellt. Wir sehen hier schon eine Wurzel rausgewachsen. Ähm, ja, und zwar, der pH-Wert liegt jetzt bei 7, also im neutralen Bereich. Das ist okay. Mikro Siemens-Wert liegt bei knapp über 500. Das ist auch okay. Ähm, wir hatten ihn ja geflutet, falls du dich daran erinnern kannst, ne? Mit reinem Wasser. Und ich habe dann in dem Zuge jetzt zweimal die schwache Düngervariante dazugegeben. Und so sieht das eben dato jetzt aus, dass wir das kurz mitnehmen. Allerdings werde ich jetzt ihn nicht mehr fluten. Er war jetzt eine lange Zeit unter Wasser tatsächlich, ne? Also, ich weiß gar nicht, wann wir das gemacht hatten, vor zwei Wochen oder so. Ähm, das Wasser werde ich jetzt rausgießen. Und dann kriegt er einfach einen Schluck dazugegossen, ähm, ne? Damit hier unten ein bisschen drinsteht und die Luft weiter reagiert, indem er entsprechend reagieren kann mit dem Wasser. Ähm, zu der Thematik wäre es jetzt nochmal interessant. Und zwar, da wir ja nur kontinuierlich hier Luft reinpusten, ne? Ähm, also es ist ja kein Sauerstoff in dem Sinne, ne, so eine Luft aus dem Raum. Und dementsprechend kommt auch CO2 da mit rein, ne? Und eben auch andere Bestandteile aus der Luft. Und ich habe die Vermutung, dass dadurch bedingt, ähm, hier aus dem Substrat mehr oder weniger auch Kalk gelöst wird. Durch das CO2, was zugeführt wird. Das ist unterschiedlich in der Menge, ne? Von 400 bis, ich glaube, 900 ppm hat man gemessen, wenn ich hier drin bin und arbeite und rede, ne? So unterschiedlich kann das übrigens sein. Ja, ansonsten, ähm, abwarten würde ich sagen, ne? So, wie sich das weiterentwickelt. Ich werde es jetzt rausgießen und einen kleinen Schluck von der schwachen Variante reingießen, bevor ich den Topf wieder reinhängen, dass wir das kurz mitnehmen. Und dann kann ich die Geräte nämlich jetzt mal eben mitnehmen. So, wir sind wieder im Arbeitsraum und der pH-Wert sinkt wahrscheinlich noch ein bisschen. Wir sind auf jeden Fall unter 7, das ist gut. Mikro Siemens 920. Die Kokoserde hat immer noch was drin, ne? Das ist schon heftig, äh, wo ich sie damals gespült habe. Ich habe sie aber wohlwissend damals auch mit Leitungswasser dann nochmal gespült, weil ich wusste schon, dass der pH-Wert sehr niedrig ist bei der Kokoserde, oder relativ niedrig, sagen wir es mal so. Frag mich jetzt nicht nach dem genauen Wert. Das müsste ich nochmal, äh, checken dann, wenn das wirklich wichtig und relevant wäre. Aber das nehmen wir jetzt erstmal so mit, würde ich sagen. Und in dem Zuge gieße ich dann das Ganze nochmal durch mit der schwachen Variante. Und dann schauen wir mal, wie sich das im Laufe der nächsten Wochen entwickeln wird. Da jetzt heute noch ein paar Mal was zu tun, zu machen, zu messen, das bringt nichts. Also wir sind unter 7 auf jeden Fall schon, das ist okay. Und dann mache ich den Topf jetzt aber sauber hier. Denn so möchte ich das Wasser dann nicht belassen hier unten drin. Weil, wie gesagt, wenn ich den Schlauch da drin habe und da irgendwas reinkommt, verstopft das natürlich, gerade wenn es größere Bestandteile sind. Okay. Plätscher, Plätscher, Plätscher. Ja, die Träne ist immer noch dran. Wird auch ewig dranbleiben, weil ich schlüre das Gerät jetzt nicht in der Gegend rum. Aber ich zeige dir mal eben, wie groß das Blatt geworden ist. Das ist unsere Anturium Kristallinum. So, ich hatte jetzt in der schwachen Variante die Zusammensetzung etwas verändert, also etwas mehr Leitungswasser drin. Ich meine, wir wären damals bei 500 gewesen, Milliliter auf 1500, um den Dreh, oder 400 auf 1600. Und ich bin jetzt auf, ja, 600, manchmal auf 700 zu 1300, 1400. Und, ja, es gibt tatsächlich eine kleine Veränderung schon. Und da war ich doch sehr überrascht, muss ich sagen. Pervert liegen wir hier knapp unter 7. Also, da muss ich jetzt echt überlegen, ob ich die Variante so belasse oder tatsächlich, lol, da ist das Wort wieder, oder aber dementsprechend weniger Leitungswasser wieder dazu gebe. Denn die Anturium braucht auf jeden Fall ein saures Milieu. Ansonsten kriegt die echt Schwierigkeiten. Das ist so. So, Mikrosiemens, ich nehme das Gerät eben mal raus, damit mir das hier nicht runterfällt. Und dann zeige ich dir mal eben die Stiefblattbegonie. Die wächst nach wie vor da fleißig über den Tisch. Der geht jetzt richtig gut. So, ich drücke mal eben auf Hold, dass wir sehen können, was wir drin haben. Ja, guck mal, 300 Mikrosiemens, ne, bei der schwachen Variante. Das ist okay, ne, also die kriege ich kontinuierlich die schwache Variante gegossen und gedüngt. Und damit kommt die voll klar, sag ich mal, ne. So, siehst du schon, das Schätzchen hat Schwierigkeiten hier. Unser Einblatt. Und das jetzt auch, seitdem ich mehr Leitungswasser dazugegeben habe bei der schwachen Variante. Jetzt müsste ich in dem Zuge hier eigentlich auch nachmessen. Ich glaube aber nicht, dass ich das jetzt hinbekomme. Ich versuche es einfach mal, ob ich das Gerät da irgendwie irgendwo reinkriege. Ach, da ist ein Blatt. Okay, kriege ich den so vielleicht? Ne, auch nicht wirklich. Nicht wirklich. Hm. Weil die muss auf jeden Fall ein saures Milieu haben. Ansonsten kriegt die echt Schwierigkeiten. Aber die geht ein bisschen runter. Also sollte das okay sein? Ja, das dürfte okay sein. Gut, ich will jetzt hier nicht eine halbe Stunde das Ding festhalten. Naja, so lange nicht, ne. Aber sagen wir so zwei, drei Minuten. Ne, das sollte okay sein. Es sei denn, eine P-Arbeit geht jetzt noch weiter runter. Aber ich kann da Dinge hier eben nicht irgendwo festmachen. Ähm. Mann, was machst du denn jetzt hier, Detlef? Meine Güte. Halt doch die Leute nicht auf. Pass mal auf. Ne, ich kriege den nicht fest hier irgendwo. Irgendwie. Ne, nicht. Da auch nicht. Nein. Ist alles zugewachsen. Ist alles komplett zugewachsen hier. Ja. Hm. Ja, der geht noch weiter runter. Oder ist hier der P-Arbeit abgeschnitten? Kann aber eigentlich nicht sein. Oh je, mini. Ja, so langsam. Kannst natürlich nichts sehen. Moment, ich schalte mal ein. Jetzt bei sechs. Geht noch unter sechs tatsächlich. Boah, ich kriege gleich hier einen Kreuz. Ich stehe hier krumm und schief. Alter Schwede. Ja. Hm. Hm. So, pass mal auf. Das bringt ja gerade gar nichts hier. Wie sieht der Mikro-Siemenswert aus? Den checke ich aber mal eben. So. Im Hold ausmachen hier. So. Dann geht er wieder runter. Oder auch nicht. Ach, er hat das... Ist das jetzt Absicht oder was? Jetzt hat er sich aufgegangen. Moment. Jetzt habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit Lichteinfall. Aber ich glaube, wir kriegen es hin, ne? Jo, das Schätzchen ist am Verhungern. Okay. Nehmen wir jetzt erstmal so mit. Ich würde sagen, jetzt checken wir im nächsten Film mal genauer. Ja, also, ich dachte erst, hier wäre irgendwas im Argen. Ja, ist es, ne? Aber wir wissen ja, Nährstoffmangel können wir beheben, ne? Nährstoff-Überschuss-Exitus. Aber dass das Schätzchen uns das jetzt so zeigt, also, das ist jetzt aber echt heavy. Ja, okay. So ist das manchmal. Machst du nix, ne? Ey, ist einfach am Verhungern. Ja gut, er hat den Philodendron jetzt auch noch mit hier drin, ne? Der wächst ja schon mittlerweile da hinten. Warte mal. Der hat nämlich auch eine ganz interessante Farbe bekommen. Komm jetzt, äh, durch die ganze Aktion komme ich da irgendwie dran. Ne, ich guck mal eben, ähm, ne? Der hat also jetzt eine Tree-Color-Farbe bekommen bei diesen Wasserwerten. Auch mal interessant, ne? Ja, okay. Der wächst halt so quer über den Tisch einfach mal. Äh, einmal durch die Blätter durch hier wieder. Ja, also, so ist das dann, wenn du zwei verschiedene Pflanzen drin hast, ne? Da klaut die eine Pflanze, die andere Pflanze einfach mal die Nährstoffe. So ist das dann. Ja, okay. Also gut, dass ich einmal gecheckt habe jetzt, weil, ähm, ja gut, ich habe jetzt aber auch nur gecheckt, weil er mir das jetzt gezeigt hat, ne? Das ist jetzt nicht das einzige Blatt, ne? Sondern das machen jetzt mehrere Blätter so. Ne, also, hier herrscht einfach nur Nährstoffmangel vor. Ja, okay. Vielleicht sollten wir mal ein größeres Gefäß nehmen. Denn die Pflanze ist ja nun schon doch recht groß geworden. Okay. So langsam kriege ich wieder müde Beine. Pass mal auf, eins machen wir noch. Das checken wir auf jeden Fall noch. So, dann kommt das Stätzchen, ähm, jetzt hier in sein Pöttchen. Mal eben gucken, den Schlauch noch ein kleines bisschen weiter rausziehen hier. Am besten macht man sich eine Markierung irgendwo hier, ne? Damit man weiß, ob dann den Schlauch zu weit rausgezogen hat oder so. Habe ich denn jetzt irgendwas liegend zu markieren? Jo, hab ich sogar. Pass mal auf. Ja, wenn da noch mal dran ist, mal mal gucken. So, ich mach das einfach so, dass ich hier oben einen Strich... Ja, guck mal. Ich mach mir hier oben einfach einen Strich drauf. Nun weiß ich genau, wenn er da an der Kante liegt, dann ist es dann okay. Damit wir den Schlauch eben nicht zu weit rausziehen. So, okay. Das hätten wir. Hier kommt jetzt allerdings noch mal was durchgegossen, damit ich nachher noch mal checken kann. Das mach ich jetzt aber für mich dann, ne? Wie oft ich das dann, ich sag mal, durchspüle, weiß ich nicht. Ich probier's einfach jetzt aus, ne? Denn, ähm, 900 ist schon eine ganze Menge, ne? 900 Mikrosiemens. Nein, jetzt darfst du nicht vergessen. Im Substrat befindet sich dann ja noch mehr, als was im Durchfluss unten rausgeht. Das dürfen wir nicht vergessen, ne? Da ist an dem Fall wesentlich mehr. Aber das ist eben bei der Kokoserde ganz wichtig, wenn man sie in Anwendung hat, dass sie auch wirklich gespült wird vor der Anwendung, ne? Aber die Geschichte kennen wir eigentlich. So, okay. Das soll ausreichen, denke ich mir. Äh, ich kann das gleich checken. Ja, wie sieht es jetzt hier aus? Wie sieht es jetzt hier aus? So, die stelle ich erstmal an die Seite. Komm her. Ja, da ist genug Wasser drin. Das ist richtig schwer. Wie sieht es jetzt hier aus? So, Substratoberfläche. Ähm, ist trocken. Den Deckel ist ab, damit ich hier mal drauf tippen kann und gucken kann, ob das auch wirklich funktioniert, ne? Ob da jetzt Wasser drin ist oder nicht. Da ist noch was drin. So, ähm, er bekommt jetzt seine erste eigene Wurzel hier oben. Also nicht die erste eigene, sondern eine zusätzliche Wurzel, die dann auch hier reinwachsen soll irgendwann. So, wie sieht es aus? Ich hole ihn mal raus hier. Hier haben wir das Ganze im Airport. Ja, guck mal. Tada! Die Wurzeln kommen unten rausgewachsen. Richtig klasse. Und nicht nur das, auch hier an der Seite. Siehst du wohl, ne? Und in der Thematik noch mal ganz kurz erwähnt, ähm, jetzt habe ich so eine Wurzel schon abgebrochen. Oder war schon vom letzten Mal. Nee, war, nee, die ist irgendwie, keine Ahnung, äh, auch egal. Ähm, haben wir wohl mal ein andermal abgebrochen in dem Sinne. So, ähm, in der Thematik ist jetzt so, wir haben hier drin eine hohe Luftfeuchtigkeit, ne? Das heißt also, hier würde das System mit dem Topf nicht funktionieren. Weil, dass die Wurzeln also an den Rand wachsen und dann absterben und sich inneren verzweigen. Und weil die wachsen natürlich in die hohe Luftfeuchtigkeit. Und dementsprechend dann auch hier unten rein. Ähm, da müssen wir uns was anderes noch überlegen, äh, wie wir das dann handhaben. Aber insoweit ist schon mal gut, dass wir sehen, dass die Pflanze gute Wurzeln ausbildet. So, ähm, kriege ich den? So, jetzt, ja, kriege ich. Ich stelle ihn einfach mal hier drauf. Auch wenn die Wurzeln putt gehen, die da jetzt rausgewachsen sind, das ist mir eigentlich Schnuppe. Aber ich würde ganz gerne wissen, wie sieht das denn dann jetzt hier bei dem Kandidaten aus? Das ist ja ein pH bei 6,4. So, ist noch okay, gerade so, ne? Also, noch weiter tiefer soll er nicht unbedingt, ne? Wir halten, gucken, dass wir da auf jeden Fall die pH 7 anstreben. Und jetzt gucken wir gleich, wie das hier dann dann dementsprechend aussieht bei unserem Marmorkies, ne? Wie lange es dauert, bis wir da den Wert runterkriegen und gezielt gießen und düngen können. Und darauf kommt es ja an. Und ob das überhaupt möglich ist, das ist eine ganz andere Thematik, ne? So, also, ähm. Insoweit ist es schon mal cool, dass das so funktioniert, ne? Also, eigentlich richtig klasse. Und ich weiß, ob man das sehen kann. Also, wie gesagt, oben ist es trocken und hier drin ist es feucht. Das siehst du, weil es dunkel, ne? Wenn die Steine hell wären, dann würde man die Leuchten sehen. Also, ist wirklich nur die Oberfläche, die trocken ist, ne? Also, funktioniert das auf jeden Fall mit dem doch, das Wasser hier auch durch die Steine, durch den Marmorkies zu ziehen. Das mal so kurz am Rande mitgenommen. So, jetzt muss ich einen Moment warten. Was es hiermit auf sich hat, kann ich dir jetzt noch nicht verraten. Weil ich habe das Ding gerade gefunden und dachte mir, äh, was mache ich damit? Weiß Bescheid, ne? Also, hat noch gar keinen Sinn oder sonst irgendwas. Aber, äh, vielleicht doch schon. Vielleicht hast du auch eine Idee. Also, ich, äh, ja, mal gucken, ne? Das wäre auf jeden Fall eine interessante Sache. Ähm, also jetzt gerade hier mit, die Farbe ist unwichtig übrigens, sondern, ne? Mir kommt es hier auf diesen Schwamm und dem Loch in der Mitte an. Ähm, ob man da auch was Interessantes mitmachen kann in dem Sinne. So, wie sieht es denn jetzt schon aus? Können wir schon etwas sehen? Ähm, der Pflanze geht es auf jeden Fall schon mal gut. Das ist okay soweit, ne? So, ähm, ja, wenn der Wert jetzt so stehen bleibt, bin ich zufrieden. Bin ich ganz ehrlich. Dann bin ich zufrieden. Du hast nun gedüngt mit der schwachen Variante. Ich glaube, einmal habe ich die Starke jetzt gegossen. Vor, aber ist schon etwas länger her. Aber ist okay. So, wie es aussieht, ne? Die Werte passen, tatsächlich. Oh, schon wieder das Wort. Also, die Werte passen. Fantastisch. Oh Mann, also, ist mir auch wurscht, ne? Ja, siehst du wohl. Also, wir haben es geschafft. Oh, jetzt geht es doch noch ein bisschen höher. Also, ich lasse, ich warte noch zwei Minuten. Ja, okay. Zwei Minuten gebe ich uns noch. Nein, mir. Du musst jetzt nicht zwei Minuten warten. Aber vielleicht sehen wir dann in der Zeit noch was. Ich werde dir jetzt noch etwas zeigen. Das hatte ich heute Morgen schon auf dem Schirm. Habe es dann aber wieder vergessen. Aber okay. So, hier hatte ich übrigens neues Wasser reingefüllt. Weil hier war nur noch ein Zentimeter drin. Das mal kurz reingucken, wie das aussieht. So ist okay. Sieht gut aus. Ich habe dieses Mal auch hier die schwache Variante reingegossen. Ja, abwarten, würde ich sagen. Nach wie vor kräftige Farbe. Früchte sehen gut aus. Ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel. Vielleicht verdünne ich das tatsächlich nochmal. Ai, schon wieder das Wort. Warum sage ich das eigentlich immer? Keine Ahnung. Ist auch egal. Also, die Box. Ja, sie wachsen. Einmal die Schiefblattbegonie. Und einmal Pinguicula. Also das Fettkraut. Und Moos wächst da drin. Und was wächst da noch drin? Genau. Die Monstera Dubia. Da ist das Schild. Die Monstera Dubia. Ups, die kann ich gar nicht sehen. Äh, hallo? Wo ist es? Ach da. War vor dem Blatt. Die Monstera Dubia. Da sagst du wahrscheinlich auch, wo ist die denn? Die ist aber klein. Wo ist die? Ich kann die gar nicht sehen. Ja, ja. Nee, kannst du auch nicht sehen. Weil die wechseln nicht. Da, da, da. Ich schwenke einmal rum. Da, 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 da. Irgendwo da, da, da. Irgendwo da hinten ist sie dann angekommen. Dann habe ich sie da reingelegt irgendwo. Ja, wir gehen mal hin und gucken mal, wo die dann tatsächlich sind. So, Tapete brauchst du dich nicht angucken. Ist so, wie das ist. Ist mir jetzt auch wurscht. So, also, wo ist sie? Ähm, ein Stück zurück so. Wo ist sie? Ähm, hier. Das ist diese hier. Die hängt schon zweiter Trieb. Der kommt von woanders her. Der kommt da her. Ähm, so, also geht da rein. Dann hier ist das der. Ich glaube, der ist das dann. Da. Irgendwo, äh, wo hab ich den denn hingelegt? Oder wo ist sie denn hingewachsen? Ich sehe mal da nicht. Das ist die. Äh, nee. Wo ist er denn? Ich sag, der du. Kommt von, ach, der ist hier irgendwo. Ah, hier. Der ist hier mit drin. Da. Da ist er. Da, da. Der ist dann hier. Dann da. Da, da. Siehst du die ersten Blätter? Da, ne? Jetzt haben wir schon mal ein paar größere Blätter. Und, äh, kann man es sehen da. Jetzt wächst er da oben an der Tabelle da hoch. Tja. Und das einmal quer durch den ganzen Raum. Und das aus dieser kleinen Box. Das ist der Hammer. Es ist der Hammer, dass die Pflanze das schafft. So, die steht immer noch hier. Die Synchronium albuvarigata. Bisschen Wasser steht unten drin. Hatte ich vorhin reingegossen. War nämlich wieder trocken gewesen. Aber ich glaube, die Geschichte können wir jetzt beenden. Auf jeden Fall war das sehr interessant mitzunehmen. Auch hier mit dem Schätzchen. Ja. Ein gelbes Blatt haben wir jetzt drin. Ich wollte es ja eigentlich beendet haben. Ich habe dann doch nochmal jetzt ein bisschen Wasser reingefüllt. Nochmal Luft reingepustet. Und wieder zugemacht, ne? Mal gucken. Irgendwie kann ich mich von dem Projekt nicht so wirklich trennen. Ja, okay. Und das Schätzchen wächst mittlerweile auch hier schon hoch. In dem Sinne. Ja. Okay. Und dann gucken wir jetzt mal. Wie es denn dann aussieht. So sieht es dann jetzt aus. Also wir sind bei 7,1. Das ist okay, würde ich sagen. Die Pflanze wird ja auch immer größer in dem Zuge. Und verbraucht ja auch mehr. Und dementsprechend wird die den Pärwert irgendwann auch noch weiter runterbringen. Und ja. Wir beobachten die Geschichte einfach weiter. Ist ja schon mal ganz schön, dass die Pflanze aber auch auf die Art und Weise wächst. Wie gesagt, im Kies. Im Marmorkies in dem Fall sogar. Was ja den Pärwert sehr weit nach oben treiben kann. Und die Pflanze schafft das mittlerweile hier schon was rauszuholen. Das ist eine gute Sache. Müssen natürlich abwarten, wann dann der Pärwert irgendwann mal abschmiert. Ob das dann in dem Marmorkies auch passiert. Und oder aber wie lange das denn dauert. In dem Sinne. Okay. Ich glaube, das reicht dann jetzt aber auch für heute. Liebe Leute. Im Reich der Pflanzen neigt sich jetzt alles dem Ende. Pass mal auf. Nein, natürlich nicht. Also. Wo bin ich jetzt? Wir sind noch mal kurz hier. Also. Das System so funktioniert schon mal. Klasse Sache, muss ich sagen. Was jetzt aber noch relevant interessant ist. Und deswegen ist ja auch dieser Korb hier. Teichkorb in dem Sinne. Ja. Wenn wir den jetzt hier drin stehen lassen. Hatte ich erwähnt. Dann wachsen die Wurzeln einfach hier rein. Raus. Und da rein. Ist jetzt nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Okay. Aber eben nicht okay. Deswegen. Schafft die Pflanze das, wenn wir sie auf den Untersetzer stellen, kriegt sie dann auch genug Wasser noch nach oben transportiert mit dem Doch, der dann auch ja auf dem Untersetzer mit steht in dem Sinne. Klar müsste man dafür sorgen, dass man immer ausreichend Wasser drin stehen hat. Also einen etwas höheren Untersetzer in dem Sprechen. Oder noch eine ganz andere Thematik. Et is wie et is. Hör mal auf. Ne, ich muss hier reingießen. Pass mal auf. Also. Och, ich bin aber auch schon jetzt wieder durch. Glaubst du wohl, ne? So. Aufpassen, dass mir nichts runterfällt. Genau. Wunderbar. So. Ich gieße das Wasser jetzt nochmal raus hier. Und werde in dem Zuge nochmal die schwache Variante reinkriegen. Weil momentan ist das Thema bei der Pflanze mit dem Marmorkies den pH-Bert etwas runterzubringen. Das ist jetzt erstmal Ziel und Sinn der ganzen Thematik. So. Und hier ist hier auch die schwache Variante wieder rein. Ich habe das Wort nicht gesagt. So. Okay. Und dann beobachten wir die Geschichte insgesamt weiter, weil sie mega spannend ist. Eben, weil es mal ein ganz anderes mineralisches Substrat ist. Dürfen wir nicht vergessen. Also. Ist schon eine mega spannende Geschichte, was alles möglich ist im Reich der Pflanzen. So. Wie sieht es hier aus? Das sieht gut aus. Der pH ist knapp über 7. Hier habe ich die Variante drin 700 zu 300. Und dementsprechend 1,1 Milliliter von dem HPE. Wir sind bei 480 Mikrosiemens hier in der Wasserkultur. Das ist okay. Auch der pH-Bert ist okay. Hat sich jetzt auch schon längere Zeit gehalten. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das hier reingefüllt habe. Das wird nur auch so drei Tage ungefähr sein. Das ist also schon mal ein gutes Indiz, dass wir da eine etwas bessere Waage gefunden haben zwischen Leitungswasser und reinem Wasser bei der Monstera. Nicht vergessen. Ganz wichtig. So. Okay. Hier hatte ich das Ganze immer dazugegossen momentan. Und dementsprechend. Und wie hält sich der pH-Bert auch schon ganz gut bei der Thai-Constellation? Muss ich sagen. Sieht also schon richtig klasse aus. So, meine Lieben. Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Weil andre uns das jetzt sowieso nicht mehr. Ja, die Filme sind recht lang geworden im Moment. Es ist aber dem geschuldet, weil es gibt einfach zu viel zu berichten. Und ich habe jetzt keinen Bock, drei, vier Filme am Tag zu machen. Kurzfilme. Weil dann kommt YouTube komplett durcheinander mit seinem Algorithmus-System. Der kriegt das dann gerade nicht mehr gepeilt. Also von daher sind die Filme eben jetzt länger geworden. Ich kann es nicht ändern. Vielleicht werden sie irgendwann sogar noch länger. Ja, weil in der Thematik eben sehr viel passiert dieses Jahr hier. Und das ist schon eine ganz spannende Sache, muss ich sagen. Dass das funktioniert. Ich meine, wer hätte das denn gehört? Der Dach, bitteschön, im Marmorkies. Das ist doch fast unglaublich, dass das, ja, funzt. Auch das Blatt sieht wunderschön aus, muss ich sagen. Jetzt hier bei der panaschierten Form. Also bei der Variatorform, das sieht schon cool aus. Mal gucken, wie das nächste wird. Hier hatten wir ja den ersten braunen Anteil, ne, dementsprechend, weil der Pervert viel zu hoch war. Aber gut, das war ja auch noch in der Einwachsphase. Von daher wollen wir da mal nicht so pingelig sein. Ja, dahin kommen wir auch irgendwann noch zu. So, und dann gucken wir uns das Schätzchen jetzt auch hier nochmal kurz an. Dann lasse ich das Bild voraussichtlich jetzt auch so stehen. Hier geht es nämlich nochmal kurz darum zu sehen, wie die beiden Pflanzen sich entwickeln. Pervert weiß ich jetzt nicht, ob den du sehen kannst. Wenn nicht, ist jetzt auch wurscht. Ich habe es ja auch vorhin erzählt, ne. So, hier sehen wir die beiden Blättchen. Das sind die vorletzten tatsächlich. Das sind zwei Pflanzen, ne. So, ich ziehe das mal just an die Seite. Hier sehen wir diesen braunen Anteil, eben auch weil der Pervert hier nicht gepasst hatte. Hier kommt ein Blatt rausgewachsen, das ist von der Pflanze. Und hier kommt ein Blatt rausgewachsen, das ist von der Pflanze. Also gut, toll, 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 bis jetzt sieht das gut aus. Aber gut, wir wissen ja schon bei den Weißvarianten, das ist immer so eine Sache. Manchmal geht es gut eine Zeit lang und dann doch wieder nicht. Ja, weil da muss man echt penibel sein. Also wirklich pingelig penibel. Da muss man Kontrollzwang schon haben, um die Pflanze wirklich richtig ewig hinzubekommen in dem Sinne. Das ist nun mal so, ne. Also die sind da sehr, ja, anfällig. Okay, aber nichtsdestotrotz, man kann lernen. Wir sehen ja auch im Dschungel die eine, ne. Die Variegata, die da so schön durch die Gegend wächst. Also die sieht richtig klasse aus. Es ist aber auch, naja, man muss einfach wissen, was sie brauchen, ne. Und sie brauchen halt ein bisschen mehr Kalk. Aber weit über sieben darf es auch nicht gehen. Das ist so, die sieben anfallen ist okay, wenn er runter geht. Aber ich habe es schon so oft erwähnt. So bei 6,5. Wenn du schon merkst, er geht Richtung 6. Also dann wird es Zeit, nachzureagieren. Definitiv. Weil sonst ballert er noch weiter ab. Und dann gibt es wieder braune Blätter. Ist so. Ne. Da machst du ja nichts. Da sind die Nummer für prädestiniert. Die Variegata-Form, also die Monstera Albo Variegata, Thai Constellation. Ja, die ist da in dem Sinne auch anfällig. Also wenn der Pervert weit über sieben ist, oder bei 7,3, 7,4, gibt es braune Blätter. Und wenn er weit unter sechs ballert, gibt es auch braune Blätter. Also im Weißanteil da. Das haben wir alle schon erlebt. Von daher. Übrigens das gleiche auch bei den E-V-Tuten. So. Okay. Yippie-yay. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bald wieder. Ja, welchen Content, weiß ich gerade nicht. Machen wir das so abwechselnd, wenn es irgendeine Art und Weise möglich ist. Bonsai ist jetzt gerade ein bisschen. Oh, ich habe mich geärgert, weil ich wollte eigentlich Bonsai machen. Gestern ging nicht. Wir waren ja unterwegs. Ne, vorgestern. Und ja, jetzt war dann Regen angesagt anschließend. Und in Regen draußen stelle ich mich nicht hin. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann bin ich ja anschließend krank. Und dann bringst du oben wieder nicht. Von daher. Aber das ärgert mich jetzt gerade, bin ich ganz ehrlich. Weil ich, vor allem jetzt ist es gerade, es wird jetzt gerade warm draußen. Und es fängt alles an zu treiben. Und was jetzt nicht gemacht wird, ja, ist dann eben in dem Sinne schon krass teilweise zu spät. Gerade weil das Umtopfen angeht und so. Wenn sich voll im Austrieb befinden die Bonsai, dann sollte man das nicht unbedingt machen. Es gibt Methoden, das trotzdem zu machen, wenn man schon ein bisschen Ahnung hat. Aber, naja, ich will mal gucken, ob ich, ich will mal, ich weiß auch nicht. Ich habe schon so ein paar Ideen, ob ich dann vielleicht in die Halle reingehe. Aber da muss ich erst das Licht alles umkonstruieren, weil da kein richtiges Licht drin ist. Das heißt, ich müsste hier einiges abbauen und da in den Schuppen dann anbauen. Und ach, hier, mir, nee. Und da muss ich die Lampen hin und her schlören, weil, ja, dann sonst fehlen sie hier drin wieder. Boah, egal. Irgendwie kriegen wir das gebacken dieses Jahr. Oh, mal gucken. Oh, mal gucken.